Jaja, ich muss die Scheiße machen. Ich geh auf das Haus. Ist ohne Scheiße hier. Ach man, nimm doch die Muni. Ja, aber nach dem Kracher von Jukaze darf er auch wirklich nicht mehr Top 250 sein. Da wurde er instant derankt. Er hat dafür minus 600 SR bekommen. Nur für den Play. Warum es zusammenflicken eigentlich einen Pro-Perk? Also es bringt mir wirklich nichts. Ich würde nicht mal spielen, wenn ich das austauschen müsste. Das war so geil, Warzone 1 Rebirth. Er ist oben getoppt. Nee, er ist hier unten getoppt, sogar hier. Stopp, oder? Achso. Da hinten, ja, ich sehste. Ach, mir kommt hier nicht hoch. Er läuft gerade im Berg hoch. Ich hasse Berge. Ja, ich auch. Ich bin auch eher so der Talmensch. Ach man. Muss ganz außen rumlaufen da. Auch mit Höhenangst sind Berge auch richtig scheiße. Nee, also ich hasse Berge tatsächlich nur in Warzone. Ich finde Berge eigentlich sehr geil. Ja, ist Street-Berg? Was ist der bei dir? Ja. Der rennt jetzt zu dir neu wie wahrscheinlich. Der hat da, ich glaube der Stream-Snipe da gerade irgendjemanden. Also der bleibt da ganz komisch stehen. Wo denn? Ja, der hättest er weiter gelaufen, keine Ahnung. Aber der ist halt gerade so stehen geblieben, als würde er jetzt einen Stream noch nebenbei gucken, weißt du? Okay. Das ist glaube ich einfach der Cold One. Das könnte ich auch sein. Ich werde den Mann niemals vergessen. So, ich seh gar nichts, by the way. Ja. Hier ist glaube ich gerade jemand rein. Ich glaube ich habe den Tür gehört. Der Cold One. Ja. Nee, hier ist doch keiner. Aber hier können die Bladinkisten mit dem noch können wir Lodi holen, ja. Soll ich hier wie machen? Ja. Ja. Oh, das ist einer. Da ist er noch. Dann habe ich ihn da gehört. Oh, lass uns nur alle mal zeigen hier. Oh ja, lass uns die wirklich zeigen. Fass ihn an, fass ihn an. Er hat Ding markiert. Er hat Revive-Pistole. Du musst ihn holen. Oh ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Schnell. Nein, ich bin zu weit weg. Ich habe ihn noch mal angeschossen. Ich auch, ich auch. Ich auch, ich auch. Der Arme. Nein. Das ist einen schnellen Lodi machen. Ist das geistkrank. Ist das geistkrank. Das Team hat es in die Sicherheitszone geschafft. Ich glaube, ich habe ihn noch alle angefasst haben, ne? Die ganze Zeit. Das war ich krank. Ich muss sagen können. Das war ich krank. Aber glaubt ihr, die ändern das zur nächsten Season? Was denn? Mit dem Assist zu geben, dass man einmal drauf schießt, so. Das System ändern werden. Weiß ich nicht. Ich finde, das System ergibt ja auch irgendwie Sinn. Aber dann muss halt, wie gesagt, Nock mehr zählen. Warum bin ich gar nicht zum Shop gegangen? Ich habe das Geld schon gelegt. Ich habe das Geld schon gelegt. Ja, ja. Ich habe es auch genommen. Ich bin auch eventuell hergelaufen. Broken Path. Ich hole ihn hier raus wieder, ne? Ja. Sonst landet er hier oben. Ja, dann würde ich sagen. Wir haben sechs Kills. Ah, ja. Okay. Wir haben eh nicht viel, ja. Broken Path. Das sehe ich uns bei dem. Ja. Der gehört nicht zu den Topspielern der Lobby. Ja. Das ist alles gut, können wir pushen. Nein. Das sage ich. Das sage ich gar nicht. Chris hat grad Hisokas Kron gesehen und gleich was durchs Verzweifeln mit der. Du bist auch keine Fall, so näsern wir. Also ich habe gar keine Beine. Genau so. So mindestens genauso gut sein wie aus. Oh, sag ich sogar eben. Sag mal eben einfach aus wie eine Iso, ne? Naja. Naja. Und das sei die Sonne. Er landet hier. Ja. Wo? Er landet einfach perfekt bei uns. Ehrenmann. sehr ehre nein er war so haben wir so klar auch dass genau das passieren wird wir machen die anderen ich fliege schon mal hin wo denn ja die beiden zwei teams aber kommt so weit über den berg wollen wir aufs blaue dach oder wollte ich gehe direkt auf stronghold geworden lassen es alle drei aber dann warte noch so drei vier sekunden ich stehe oben drauf ich gehe nicht an das außen ist das hier ausgedrückt das innen noch welche jetzt ja keine und nehmen wo zwei die break man dann ohne fischen das ist noch einer von einer los und durchsumel gott ich habe einfach ein gesendet mit dem rein springen ich finde es wirklich deutlich besser jetzt als ich merke die ganze zeit weißt du so ein schnell semtex werfen und wegrennen ist so viel besser als irgendwie so eine komische ladung die nur irgendwo durchgeht und so meine drohne glaube ich da vorne ist kein random heli oder es ist einfach ein bot drin aber der heli sind gegner ja vielleicht diese diese diesen tower gerade an ja haben sie gemacht achten das weg der shield break glaube ich habe sich geprägt seht wenn wir nicht er hat er ist er wirklich ein schilder mini ich gehe nicht gehen er kommt kommt ist das der heli wieder ich habe mir der rechte ja der rechte fliegwechsel hat der smg er das ist gar nichts hat noch hier liegt man habe ich die box wieder getauscht einfach gesagt dass jeder bot noch shotguns haben soll haben wir haben ja nicht gesagt jeder bot von shop und schon das auch ja das war nämlich die größte lüge jeder bot one shot in wir haben uns einfach angenommen und dann haben wir angerufen weiter was machen wir am rand der dings das können die vollidioten sein eigentlich das gibt so kam es kann man geben das können nur vollidioten wir sind richtige geeks oder so richtige vollidioten soll es gesagt ist ein richtiger geeks da sind welche in der luft über uns müssen vielleicht auch mal hier warten mal was macht er wohl landet er da dann wurde der blätter mit einer gedreht ehrlich sein was weiß ich was gibt es da das sage ich über der bekehliges baut oder nicht dieser seine es muss muss ab ich habe mich angeehmt aber ich sehe ich sehe nicht mehr also er mich nicht mehr an luft kann ich leben war der heli noch gott der heli hier oben feiert mit dem gerade wie viele und wie viel leben hat er noch gehabt der zwei wieder hinter mir wieder ich will dann auch eine aufgeschossen auf dem heli da oben auf dem dach da oben rechts oh mein gott linken nein das ist so ein texana er hat kein oh wow der hatte so einen cowboyhut auf oh mein gott der hatte so einen cowboyhut auf wirklich aber wo ist der typ vom dach hin habt ihr den steppe hier auf dem schiff ne der ist auf dem silo auf dem silo ach so ja die bigsilos da das erste ja hier king kong redet hingehen king kong ente kannst du dich daran erinnern äh floyd king kong ente ne das hat kiwi mal bestellt eigentlich immer eine king kong ente was das habe ich aber auch schon bei der kombination gehört was wollt ihr eigentlich haben hier ungefähr dort ist er hingeschwungen äh was er denn haben warte peking ente wahrscheinlich oder so king kong ente das wurde mir aber auch nur erzählt hier bei mir oh mein gott hast du einen kracher kassiert ja warte warte ist runtergefallen der mann wo ist der wo ist der hier warte warte ich wünsch ihn ja nein hör mal konterdrohne an konterdrohne no plates no plates das stimmt nicht das stimmt nicht emor du hast einfach nur nen outgang kassiert du hattest plates er hat seine mates so angelogen er hat aber komplett angelogen und das sehen doch die teammates auch er lügt seine mates an aber die teammates sehen doch das mit den plates ich sehe doch jetzt auch das ist jetzt sogar relativ häufig ne dass die mir irgendwelche sachen kohlen ja 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 das haben wir auch schon abguckt bekommen oh nein warte ich habe ihm mp5 headshots gedrückt er muss wirklich ich glaube er war full plate oh man wirklich ich stelle mir gerade ein team von mir zu hause sein headset und nein der cowboys da nein es sind 3 stück einen habe ich sind hier oben drauf dann gehe ich weg ja ja einen habe ich oben ein truppmitglied wurde in den gulag geschickt dort kämpft es um den wiedereinstieg also beide gulag ne mhm ein truppmitglied ist im gulag wenn es übernimmt steigt es wieder ein oh no guys das ist doch geistkrank wie kann man denn so ein lach haben dass er die text schon lange für den reset um 35 kuss raus hä wir haben die mich denn gerade gefunden da ich liege da ich liege da in der ecke genau in der ecke wo ich mir denke so ok da wird wirklich niemand hinschauen und er guckt genau in das ecke die wollen ja nicht zur feier des partner im übrigen muss ja stream sniper ne ne wir spielen in acer da wird das hier keiner stream snipen wirklich sehr unlucky einfach nur ja bleib mal du zuerst in luft hast genug geld das wurde von einem anderen team by the way getötet ganz gut ganz gut ich try als erstes ziehst du durch mario musst du zum denn 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 tennistraining alter der sportler mach's gut viel spaß mario der cowboy er wirklich alright guys howdy i'm hitting offline today ich hätte gerne kann man in ranked eigentlich gut also guter freigelassen werden ohne den fall zu haben macht das alle mal jeder die möglichkeit hat drücken auf dieses auf diesen hut zu feiern das partner überlegungs und das sehen dass die meisten das haben kann man das ist ja ich wurde so geil gefickt ich habe ihnen first shots gegeben er gibt mir eine nade und danach weil man ja danach gestand ist von der nade kann ich nicht weg auch eine sache das sind die wahrscheinlichen der der nämlich alles wenn wir es im moment ist ja habe ich aber an der stelle wie dumm ist das auch dass sich eine nade stammt er hat mir eine nade ins gesicht geschmissen dann konnte ich halt nicht mehr weg also du kriegst damage und du kannst du bist stammt es ist einfach beides du kannst doch hier mein stuff nehmen ne ich bin unten rum gegangen also das ist gar nicht so eine intelligente idee war doch jetzt kriegt man ab hälfte leben eigentlich schon diese todesanzeige gefühlt dass man gefühlt das ist ja wirklich unfassbar das habe ich da gerade gesehen direkt neben mir auch ich habe dich runterfallen sehen ich bin nur schnell vor uns deswegen gestaun oh mein Gott habt ihr noch so ein kleines Care Package für mich ich bräuchte Muni scheiß hat es da geraschelt Muni und Platten ich hatte Muni Pokes nochmal weil ich bin wir haben zwei leute keine alarmierten die gucken uns schon an die gucken uns schon an das sind die auf dem dach links hier kriegst Platten warte warte lass erst durch lass uns ins Haus vor uns rein bin die haben wir richtig Bock nicht so viel vor mir der hat schon eine Schottgun bitte lass mich nicht finischen nice 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 gerne werden pushen glaube ich wieso haben die ne Schottgun dabei der hat Geist ne aber ich behalte das alle ich fühl seinen Punkt dabei Achtung, die AIM schon ab. Ah nooo, wie traurig. I just suck, man. Sorry guys. Oh, hab ich ein Snipe bekommen. Ich hab die aber gemersert noch. Habt ihr gerade was gesagt? Sorry guys, I just suck, man. Dann spielen die keine Shotgun-Ridiot, ey. Lass Wasser, oder? Wir müssen auf jeden Fall Wasserplay machen. Und ich könnte ein bisschen... Ja, lass schwimmen und dann rüber gehen rechts. Ihr könnt A-Harmony gebrauchen. Habt ihr viel? Ja. Äh... Ehrlich, ja. Ich hab da noch ne Box auch später. Lass einfach schwimmen und dann... In den Häuser rechts gehen. Wee. Interessant. Haben uns gesehen. Ey, hier ist ne Kiste. Ja. Ich hab mir den Witz schön geschnappt. Ich glaube, ich schwimme hier aber close zu den Steinen, sonst ist man so open. Ah, dieses Geräusch war grad so dumpf, wie ich da runtergefallen mir, wenn wir die Beine gebrochen haben. Wirklich? Ich tew? Im Wasser hier… Ich hab das ja aufgeschossen. Ich hab dafür geschossen, ich finnifchen. Finnis, finnifchen, 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 finnifchen. Hä, ne, das ist schon schon schön. Da hat noch einer geschossen, glaub ich. Im Kiffin steht's noch wieder, wenn ich der Finish. also ich auch schon vor drei minuten einfach das ist nach dem anderen haus oder oben im fenster ja der tippe ich glaube ich bin richtig glücklich gewesen die müssen rüber von da drüben auf dem berg hier stimmt auch den können wir scheißen machen die schon links links könnte scheißen links könnte scheißen oder was dafür dass ich glaube ich heilen da im haus gegenüber ist meine beziehungsweise ist da noch einer am rand ja ja das scheint irgendwann auf dem berg oder so zu sein glaube ich auf dem berg muss aber er springt und eine arme sehr genau ja erst noch so gefallen durch ich würde noch gerne mit geben so eine komische engel hier ist ja 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 wenn ihr viel money habt dann doch die hier ist einer viel break one shot da drin oder was wie findest du es eigentlich bisher für automatisch kommst du gut klar oder ja nicht ich hab noch nicht so viele long range gunfights gehabt kann doch nicht so viel dazu sagen hier ist einer hinten die außen sind rechts die rechts außen war eine ich sehe ihn gerade nicht mehr aber ich habe so geile posi eigentlich gerade ich habe meine gasmaske nicht voll das wäre echt geil ich habe noch einen prezi da ist einer gelappt wie sieht es aus plattentechnisch ich habe nur noch zwei rechts oben fehlt run shot genau rechts noch einer genau markierung in der smoke in der smoke ja hier ist noch einer auf dem berg hier immer noch einer lande da der ist hier hinten dran hinter der mauer komm dran halt keinen schuss getroffen wir müssen über wir lassen uns über das fenster rein kleiden wir die mühltonne vielleicht kann man da in das haus rein mühltonne aber das haus ist noch nicht drin ne es mini oh mein gott ich hab ich weiß aber einer unten vielleicht drin ist wir halten das hat er gesagt die sind vor uns im haus ja müssen wir smorgs rüber eigentlich nehmen brauchen wir gar nicht fett unter uns drin maybe fett unter uns drin ich mach nachschafter kletter klettert 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 warte wie viele ladungen da kommen wir sind kurz safe hier oben auf den berg hier oben fighten sie shielded das war ein gegner der mann gesicht ja ja ich habe ich habe hinaus gehofft einfach ich habe geklastert schon wieder vergessen dass wir gegen die spiel die jungs noch nicht einzig ein zu spielen drei gegen drei gerade ja ja ich hab noch eine genau da bin ich durch die smoke alter jungs wir haben so eine scheiß pausina habe einfach den und stark hier noch einer das 1 vor steht der schiebt noch einer da oben mich von rechts auch noch der ist wieder live wir sind alle wieder alle wieder live sondern es war freundlich habe ich nicht habe ich nicht die praktik einer noktium das wunscher das wunscher um auf dem berg noch zu schieben wieder steht wieder steht wieder die hatten aber auch 100 die waren alle wieder live die hatten alle 30 selbst oder so krass ich glaube er hatte goldene gasmaske war noch war noch autos ich hatte keine maske ich konnte nichts anderes plane auch mit goldene gasmaske wäre ich komplett rechts außen lang gegangen aber ich ging nicht die medresse dass der wenig durchgegangen die wussten noch einer die wussten noch einer finnisch einer lock und nur noch ich erleicht das werde ich gegangen aber egal zweiter platz ging so können wir mit der 28 kills was was hat er abends als geht es gab weil er schreckt hat 154 punkte die sogar 154 punkte macht obwohl damit minus hunde 210 starten und ich habe 141 gemacht 121